Freunde, willkommen zu Ori. Es kann weitergehen. Wir suchen den zweiten Schlüsselstein und ich bin der Meinung, dass ich den oben links finden könnte. Jetzt nur mal schauen, ob wir das so schaffen. Ui, das war knapp. Jawohl, wir haben den zweiten, um da oben weiterzukommen. Und zwar, hier oben geht es weiter. Unter den Wanderdünen. Da kann es weitergehen. So, jetzt gucken wir mal, wie wir da hinkommen. Ich würde sagen, wir versuchen es mal. Ah, shit. Ich war da noch gestorben. Okay, das ist aber nicht ganz dramatisch. Wir buddeln uns jetzt hier mal durch. Hier geht es auf jeden Fall nach oben. Das haben wir auch schon mal geschafft. Wir machen den Typen erstmal platt hier. Jawohl. Sehr schön. Genau, also wir müssen jetzt hier über die Schnecke drüber hinweg. Jetzt hier eingraben. Wir holen uns mal den Energiepunkt. Äh, eckt hier so uns immer an. Ah ja, wir haben es. Sehr gut. So, jetzt können wir den zweiten Schlüsselstein einsetzen und dann geht es hier weiter. Nummer eins. Nummer zwei. Sesam öffne dich. Sehr schön. Sehr schön. Wir sind weiter. Uh. Das ist ja heftig. So, jetzt kriegt der Typ erstmal einen auf die Mütze hier. Natürlich keine Chance gegen uns. Gegen den Ori. Ori, den Starken. Boah, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen das locken. Ja, los. Mach den Weg frei. Super. Hat ja prima geklappt. Ah, nochmal einer. Alter, machen wir ja keinen falschen Fehler. Oh, ich sehe auch, es geht ja auch nach unten hier. Okay. Okay. Jetzt mal gucken. Das ist eine Zauberkrabbe. Ah, schade. Versuchen wir es nochmal. Folge uns. Jawohl. Das hat schon mal super geklappt. Müssen wir natürlich hier noch so rüberkommen, dass wir uns nicht verletzen. Wir laden aber erstmal die Energie auf. Jawohl. Ah, wir haben es. Jetzt den Schalter umlegen. Müsste da das Tor aufgehen. Boah, was für ein Kampf. Super. Super. Oha. Oha. So, jetzt haben wir es aber gleich. Da runter. Ja, so nicht, aber schon mit Schwung. Genau. Jetzt hier ein bisschen auffassen. Das beim Hochtauchen. Ja, jetzt haben wir es. Ja, Krabbe mit Puschel greift wieder an. Wir sind eigentlich ganz geschickt hier lang. Ah, shit. So, Energie nochmal voll aufladen. Jetzt wird es nämlich ein bisschen brenzlig. Oha. Ob wir hier richtig sind. Ich hoffe es doch. So, Energie erstmal aufladen. Ganz wichtig. Jawohl. Was für ein Krampfer. Versau mir hier nicht das ganze Game hier, du blöde Krabbe. Mann, Mann, Mann. So, hier ist sehr viel Wind. Das heißt, wir werden wahrscheinlich sehr gut gleiten können hier. Wir müssen aber gucken, dass wir von hier aus sehr gut rüberkommen. Wenn das nicht klappt, müssen wir nach oben nochmal gucken. Da, wo das Licht ist. Aber das braucht man nicht. Okay, super. Hier können wir uns nochmal aufladen. Spiel gespeichert. Sehr gut. Also, auf jeden Fall. Die Wüste ist sehr haarig, muss ich sagen. Also, schon sehr, sehr übel. Ich verlange hier eine Menge von uns ab. Okay. Das heißt, hier nochmal rüber. Nächster Versuch. Ja. Wir haben ein bisschen mehr Schwung, Uri. Jetzt wird das nix. Okay, das war mein Fehler. Habe ich die falsche Taste gedrückt. Nochmal. Zack, zack. Und dann rüber. Zack, zack. Und dann... Jetzt sind wir hier gelandet. Das ist auch fair. Genau. Wir hätten den Schirm mal mehr nutzen müssen. Ja, das sieht so aus, als wenn wir das sogar machen müssten hier. Warte mal. Oder ist da Sand? So, Freunde. Bevor es weitergeht, machen wir an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich habe viel erlebt. Ich bin viel gescheitert. Aber es macht nichts. Wir suchen uns auf jeden Fall eine Lösung, wie wir dann hier weiterkommen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Halte die Ohren steif. Ich wünsche euch ein neues Jahr 2021. Es kann alles noch besser werden. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin.